Der Prolog von Ochrit vom 23. Oktober Gedenken Der heilige Apostel Jakobus, der Bruder des Herrn Jakobus wird der Bruder des Herrn genannt, weil er der Sohn des gerechten Josef, des Verlobten, der allheiligen Gottes Gebärerin war. Als der gerechte Josef dem Tod nahe war, verteilte er seinen Besitz unter seine Söhne und wollte einen Anteil dem Herrn Jesus, dem Sohn der allheiligen Jehoffrau, überlassen. Doch alle anderen Brüder waren dagegen, denn sie sahen Jesus nicht als ihren Bruder an. Jakobus liebte Jesus sehr und erklärte, dass er ihn an seinem Anteil beteiligen wolle. Deshalb wird er der Bruder des Herrn genannt. Von Anfang an war Jakobus dem Herrn Jesus zugetan. Der Überlieferung zufolge reiste er mit der allheiligen Jungfrau und Josef nach Ägypten, als Herodes den neugeborenen König zu töten versuchte. Als er später die Lehren Christi hörte, lebte er sogleich danach. Es heißt, dass er niemals Fett oder Öl zu sich nahm, sondern nur von Brot und Wasser lebte und bis zum Ende seines Lebens jungfräulich blieb. Er hielt oft Nachtwache und betete zu Gott. Der Herr zählte ihnen seinen 70 Aposteln zu. Nach seiner herrlichen Auferstehung erschien ihm der Herr auf besondere Weise, wie der Apostel Paulus bezeugt. Er war 30 Jahre lang Bischof von Jerusalem und leitete die Kirche Gottes mit Eifer. Nach den Anweisungen des Herrn stellte er die erste Liturgie zusammen, die den späteren Christen sehr lang erschien, und die heiligen Vasilios und Chrysostomos kürzten sie. Er bekehrte viele Hebräer und Griechen zum christlichen Glauben, und sogar die ungläubigen Hebräer waren über seine Rechtschaffenheit erstaunt und nannten ihn Jakobus den Gerechten. Als Ananias hoher Priester wurde, beschlossen er und andere hebräische Älteste Jakobus zu töten, da er Christus verkündigte. Während eines Pascha-Festes, als viele Menschen in Jerusalem waren, zwangen die Ältesten Jakobus auf das Dach des Tempels zu klettern und versuchten ihn dazu zu bringen, gegen Christus zu sprechen. Er kletterte hinauf und sprach zu den Menschen über Christus als den Sohn Gottes und wahren Messias, über seine Auferstehung und seine ewige Herrlichkeit in den Himmeln. Die wütenden Priester und Ältesten stießen ihn vom Dach herunter, Er fiel und war schwer verletzt, doch er lebte noch. Da sprang ein Mann vor und schlug ihn mit einem Stock, mit dem er Tuch wagte, mit solcher Wucht auf den Kopf, dass das Hirn austrat. So erlitt dieser höchst ruhmreiche Apostel Christi einen Märtyrer-Tod und ging ein ins ewige Leben im Reich des Herrn. Jakobus war 66 Jahre alt, als er für Christus das Martyrium erlitt. Der heilige Ignatius, Patriarch von Konstantinopel, war der Sohn des Kaisers Michael Rangabe. Er wurde Patriarch nach dem heiligen Methodius im Jahre 846. Dann wurde Ignatius im Jahre 858 abgesetzt und verbannt. Fortius, der oberste Sekretär des Kaisers, wurde an seiner Stelle zum Patriarchen ernannt. Als jedoch Kaiser Vassilius der Makedonier den Thron bestieg, setzte er Ignatius wieder auf den Patriarchenthron ein. Der heilige Ignatius leitete die Kirche mit großem Eifer und Weisheit. Er baute das Kloster der heiligen Erzengel, in dem er im Herrn im Alter von 89 Jahren entschlief. Von diesem Heiligen ist nur bekannt, dass er nach seinem Entschlafen den Menschen der Stadt Borowitsch offenbart wurde. Eines Tages im Jahre 1540 trieb sein Leib den Fluss Meta hinunter und wurde in der Nähe von Borowitsch ans Ufer gespült. Viele Wunder gingen von seinen Reliquien aus. Lobeshymne Der heilige Apostel Jakobus, Bruder des Herrn Jakobus, der Bruder des Herrn, ein wundervoller Gerechter, erklärte die Lehre Christi durch sein Leben. Und als sie ihn marterten, kniete er sanftmütig nieder und betete zu Gott für seine Feinde. An einem äußerst schwierigen Ort zu äußerst schwieriger Zeit trug er das Joch des Bischofs. Er leitete die Kirche als guter Hürde und verherrlichte den Menschen in Wort und Tat. Er lehrte die Menschen, Christus zu lieben und lehrte die Gläubigen, zu Gott zu beten. Ihr eitlen Menschen, was ist Glaube allein? Glaube ohne Werke ist wie leeres Stroh. Wer Ohren hat zu hören, der höre die Leere. Glaube ohne Werke ist ein Leib ohne Geist. Woher kommen die Kriege, die allen verhasst sind, aus den unreinen Leidenschaften des Leibes. Immer führen die Menschen Krieg und haben keinen Frieden. Denn ihre Herzen begehren das Böse, dann vergießen sie Blut. Wer einen Sünder zurückführt aus der Verirrung, wird zum Lohn vom Herrn das ewige Leben empfangen. Die Hebräer töteten den gerechten Jakobus, doch damit mordeten sie sich selbst und verherrlichten ihn. O wunderbarer Jakobus, heiliger Apostel, hilf den Gläubigen, die zu dir beten. Betrachtung Von Gott kommt die Gnade, von uns aber die Mühe. Möge daher niemand denken, dass es für die heiligen Apostel, die sich doch einzig auf die Gnade Gottes verließen, einfach gewesen wäre, dass sie ihre große Aufgabe in der Welt ohne Mühe hätten bewältigen können. Spricht nicht der Apostel Paulus, ich züchtige und unterwerfe meinen Leib, damit ich nicht anderen predige und selbst verworfen werde. 1. Korinther 9, Vers 27 Und beschreibt er nicht an einer anderen Stelle, wie er sein Leben in Mühsal und Plage, durch Wachten, Nächten, Hunger und Durst, häufigen Fasten, Kälte und Blöße verbrachte? 2. Korinther 11, Vers 26-27 Der heilige Apostel Jakobus aß nur Brot und davon nur sehr wenig. Er schlief sehr wenig und verbrachte seine Nächte im Gebet. Er kniete so viel im Gebet, dass die Haut seiner Knie so hart wie die Knie eines Kamels wurden. Der Bruder des Herrn betete mit Tränen und Seufzen, nicht nur für die Kirche, die er leitete, sondern für die ganze Welt. Sogar als er von den erbosten Hebräern vom Dach des Tempels geworfen und schwer verletzt wurde, vergaß der heilige Apostel keinen Augenblick lang seine Pflicht gegenüber Gott und den Menschen. Er nahm seine letzte Kraft zusammen, zog sich auf seine Knie, streckte seine Hände zum Himmel aus und betete zu Gott aus ganzem Herzen. Herr, vergib ihnen diese Sünde, sie wissen nicht, was sie tun. Während er so betete, kamen böse Menschen und begannen ihn von allen Seiten mit Steinen zu bewerfen. Ein Mann, der das sah, schrie sie an. Hört auf, was tut ihr? Dieser Gerechte betet zu Gott für euch und ihr bringt ihn um. Doch dieser Ruf von einer einzigen göttlichen Seele konnte die Gewohnheit, der Mörder Böses zu vollbringen, nicht davon abbringen, den Heiligen Gottes zu töten. Die Apostel ruten sich nicht auf der Gnade aus, sondern durch sie und vereint mit ihr nahmen sie nahezu übermenschliche Anstrengungen auf sich, um sich der Gnade Gottes würdig zu erweisen. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundersame Auferweckung der Tabitha. Apostelgeschichte 9 Wie Tabitha gestorben war und tot auf ihrem Bett lag. Wie der Apostel Petrus zu Gott für sie betete und zu ihr sagte, Tabitha, steh auf. Wie Tabitha ins Leben zurückkam und aufstand. Homilie Über die Schönheit der Tochter des Königs All die Herrlichkeit der Königstochter kommt aus dem Inneren. Psalm 44, Vers 14 Die Kirche Gottes ist die Tochter des Königs. Wie arm sie äußerlich auch erscheinen mag, wie wenig anziehen sie auf das äußere Auge wirken mag, wie verfolgt und gedemütigt sie auch sein mag, innerlich ist sie mit Strahlen und Schönheit erfüllt. Der König, der lieblicher an Schönheit ist als die Menschenkinder, verleiht seiner Tochter Schönheit. Die Kirche Gottes ist Christi gewandt. Er lebt in ihr. Keinerlei äußere Schönheit kann sich an der inneren Schönheit messen, der Schönheit Christi. Die allheilige Gottes Gebärerin ist die Tochter des Königs in goldgewürgte Gewänder gekleidet. Dies ist die Tugend ihrer Seele. Dass unter Gewand Tugend zu verstehen ist, geht klar aus dem Gleichnis der Hochzeit des Königssohnes hervor. Der Mann, der nicht in ein Hochzeitsgewand gekleidet war, wurde von der Tafel des Königs fortgeschafft und bestraft. Matthäus 22, Vers 11 Wahrer Glauben an Gott war das goldene Gewand der allheiligen Jungfrau. Und Jungfräulichkeit, Sanftmut, Mitgefühl, Heiligkeit und Gebet, Hingabe an den Willen Gottes und all ihre anderen Tugenden waren wie die Stickereien auf dieser goldenen Gewandung. All ihre Schönheit war das Werk Christi des Herrn, verborgen in ihr und aus ihr geboren. Die Seele eines jeden gläubigen Christen ist wie die Königstochter. Alle Schönheit einer solchen Seele ist in Christus und von Christus, der in der Seele ist. Eine Seele ohne Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, ist in der Dunkelheit ohne Form und Wohlgestalt, wie das ganze Weltall ohne die stoffliche Sonne ohne Form und Schönheit wäre. O großer und gnädiger Herr, unser wahrer Gott und Lebensspender, hilf uns, uns in das Gewand der Tugenden zu kleiden, damit wir bei deinem furchtbaren Gericht nicht nackt gefunden werden. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.